mit dem e-bike ein wheelie hoch das ist mit einer der steilsten trails überhaupt hier 25% steigung wheelie time wheelie session oh sieht aus wie ein abflug ja servus leute und herzlich willkommen zu diesem video es ist sonntag ich weiß gar nicht der wievielte mai heute ist keine ahnung auf jeden fall gibt es den bikeverleih und da hole ich mir jetzt erstmal ein nices e-bike und dann sieht man sich mit houston zusammen mal gucken wo wir dann so hinfahren bis gleich ja silas was hast du denn da heute mal wieder mit einem nikolai e-box schöne foc 36 meister stand ist hier den anderen daneben achten wir mal überhaupt nicht ich warte jetzt gerade auf mein bike wir suchen eins in meiner größe das ist schon echt sick hier dann die schönen dicken reifen und power hat das ding auch jo leute ich bin jetzt für ein e-bike unterwegs es geht mal richtig fittend wir fahren jetzt einfach mal straight zum carbusturm hoch das war heute überhaupt nicht geplant mal gucken wie lange wir brauchen ich muss erstmal kurz gucken welche stufe ich nehme für einen wheelie warte ne ich brauche turbo ne ich brauche turbo mit dem e-bike ein wheelie hoch der berg ist übertrieben alter das ist locker 15 prozent steigung hier ja jungen ich habe schon kein akku mehr gleich ja wie hast du zwei balken jungen das geht ja mal richtig fitten das ist so geschissen das ist so geschissen wenn man so wenig akku hat alter machen sie etwa schon schlapp jungen das arme bike ich quäle das hier voll hoch man jungen das hält die diggers immer voll aus jo alter junge e-bike junge e-bike ey leute sonst braucht man für die strecke locker ne halbe stunde locker es ist so easy man ein e-biker oh oh ja aus hoch geht alles haha jungen 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 ist das krank einfach ein trail haha ist das witzig jungen alter das ist mit einer der steilsten trails überhaupt hier das ist so heftig leute ich komm hier einfach hoch ey junge diggers fahr weg fahr weg jungen alter das ist so krank leute alter wir fahren hier quer durch den wald das sind locker 20 prozent 25 prozent steigung und das macht das einfach so mit was ist das für ein bike man das ist so geil das ist so geil ey leute so schnell war ich ja noch nie hier oben was ist das für ein bike man dtswis felgen und naben saugeil hier ist direkt der nächste mal das center ist ok hier ist schon so ein kleiner anderer trail entstanden aua das war mein helm ok hier so ein bisschen links halten ich hab ja noch ein bisschen akku ja mann warte warte ja doch ja ich mach hier ist immer noch ein wheelie hoch fahr mal vor mir warte wheelie time wheelie time wheelie session gleich gehts bergab jungen das macht so spaß eee e bike session am start den track hätte er noch gar nicht aber der ist ziemlich ziemlich nice wir ballern hier mit 30 lang 32 33 35 oh jucke ich hab hier nicht so viele nicht so viel fraktion wie bei meinem jucke ja ok ich lass noch ein bisschen reinkommen bei dem bike nice schön alles mitnehmen guck das unterstützt erst bei 25 wieder jetzt gehts hier wieder hoch oh scheiße mit den paddles aufgekommen Junge wie das war selbst hoch man selbst hoch so viel power es geht übertrieben ab ok wir müssen gleich links ne warte geradeaus ja ja immer geradeaus gib mal Kass wuhuuu 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 Athens viel zu schwer wuh mean wuuhuu oh junge junge oh junge 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 hat das der ganzen fucking umgekippten bäumen mann ich komme nicht rüber ich komme nicht rüber mann er fährt jetzt den anspruchsvollen Nils Trail, ich baller ihm hinterher und wir treffen uns dann im Bikepark wir fahren hier auf turbo runter oder? ja rein Digga, man sieht sich Digga, das Mic ist abgeflogen oh ne, komplett wer ist denn das geschafft? ach so, nur aus der Seite raus? ich bin einfach geballert wie ein kranker nur aus der Seite raus? ja, ist schon so ja, dann pack das doch hier dann oh fuck, alter scheiße, man alter, fuck ah äh klar Sollte was ist nein ja das scheiße man läufst voll aus man ich weiß ja sie las geht sie da ganz gut immer noch ein bisschen scheiße gelaufen das scheiß mikro ist einfach mal in die speicher und ja also das highbike enduro ist jetzt zurück und das nikolai enduro auch ja und wir holen uns dann später ein anderes man sieht sich tschau